Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid, was mit Ihrem Sohn passiert ist. Was ich getan habe. Ich will nicht mit Ihnen reden. Aber ich habe Ihnen doch Briefe geschrieben. Die habe ich weggeschmissen. Ich mache mir schreckliche Vorwürfe. Ich habe Albträume. Ich habe meinen Job verloren. Ich kann kaum mehr schlafen. Ich habe solche Schuldgefühle. Es hat ein Jahr gedauert, bis ich seine Kleider wegräumen konnte. Es ist eigentlich so, wie meine Schwester und ich früher geredet haben, wenn wir Deutsche gespielt haben. Für Scheiße reden hatte ich noch nie genug Zeit. Frau? Nein, Business. Mensch. Kinder vielleicht? Nerven, kreischende, stinkende, furzende, Pampers-Bomben? Du wirst heißer als heiß. Du wirst eine aufrechte Sitzposition brauchen. Hey, ich bin noch zu jung. Die Jugend hat dich vom Töten nicht abgehalten. Hey, ich habe einen Rabatt verdient. Ruleworth ist pleite. Kann ich betteln? Stirb gefälligst aufrecht. Hey Mann, ein paar Tage in Vegas sind doch drin. Du hast so viele Quiz-Shows gesehen. Die sind auch pleite. Kommt jetzt für immer. Ich bin noch zu jung. Untertitelung des ZDF, 2020